So und weiter geht es mit Haven. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, sind quasi einmal im Reise geflogen, gegangen, geglitten. So und nun gucken wir mal, dass wir mit der Hauptstory weitermachen. Oh, wir müssen unbedingt was essen und uns allgemein heilen. Da oben müssen wir hin. So. Gehen wir doch mal mit. Ähm. Einmal heilen. Dann einmal kochen. So. Probieren wir das doch mal. Ne? Das kennen wir nämlich auch noch nicht. Alright, this is the one. The sky is clear, the night is real dark. We're gonna find your first shooting star. If you say so. You don't seem too happy about it. What is it? Like, one in a thousand chances to see one? It doesn't sound promising. What are you talking about? Shooting stars happen quite frequently, actually. Really? I have no idea whether you're serious or you've been pulling my leg this whole time. I have never seen a shooting star, I swear. Oh. Okay. With any luck, tonight's the night. Concentrate on the sky. Okay. There. Did you see it? Oh. Do we really need to go back there? All of this rust is bumming me out. It's on the way to the flow bridge. We don't really have a choice. Ja, eine Wahl haben wir nicht, aber wir müssen. So. Dann locken wir sie doch einmal an. Die hier nehme ich mir dann doch nochmal mit. Wer weiß, wann wir wieder in den Genuss kommen. We almost missed this one. So. Und ab mit Birbel. Äh. Gut, da hinten kommen wir ja nicht hin. Also einmal hier hin. Okay. Ja, ja. Das sagt ihr immer wieder. Okay. Hallo. Da nicht hin. Wie geht das wieder los? Ich fühle mich so weit, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Doch gleich weiß man, wo hin. Aber ich weiß gar nicht, wie. Hallo, das hier hinten nehmen wir auch einmal mit. So, und ab nach da hinten. Wasser, Pfeffer. Ist immer gut. Oh, ich bin ein Kumpion. Um. Ähm... Ähm... Mal... Warum klappt das hier schon wieder nicht? Ähm... Einmal so klein... Und... Einmal... Komm schon! Nein! Dann mach das einmal so! Manno! Das ist doch nicht wahr! Ja! Jetzt! Jetzt! Nein! Mann! Das schaffen wir wieder nicht! Das schaffen wir wieder nicht! Ähm... 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 So... Ähm... Okay! Okay! Get ready to rumble! Um... Oh... Oh... Glaub ich ja weniger Ähm Komm schon Es wäre halt einfacher, wenn wir das Zimt machen würden, also den Doppelangriff Den kriege ich ja so schnell in der Zeit ja nicht hin Okay, das ist schon besser Ähm Und einmal Fertig Gott, oh Gott, oh Gott So Gut, wir haben ein bisschen was erhalten Eieieieiei Das war hart Das war echt richtig, richtig hart So, diese Insel ist jetzt auch gesäubert Gott sei Dank Hat aber auch lang genug gedauert Dann machen wir uns jetzt an die nächste Insel Oh Wo musste man jetzt nochmal hin? Oh Und Mal, wenn ich vergesse, in welche Richtung ich eigentlich muss Da hinten glaube ich Kommen wir hier hoch? Ja Sehr schön Sehr schön Ach du grüne Neuner Hier gefällt es mir aber mal so gar nicht Hier gefällt es mir aber mal so gar nicht So, da würde es weiter gehen Hier Riesen Rosthaufen Hier muss man aber dreimal gucken, was der echte Rost ist und was der... Also, was so ein anderer Roster ist Große Rostkristalle Ne, hier gefällt es mir echt nicht. Ist ja komplett verseucht. Das ganze Ding ist ein einziger Rost. Okay, ich dachte erst auf unserem Schiff Teil sein. Dem ist aber nicht so. Ja komm, wir haben eh keine Chance. So, was war nochmal stark gegen ihn? Weiß ich es nicht mehr. Du gehst erst! Nein! Du gehst erst! Sie ist schwer. Was immer du willst! Jetzt? Komm schon! Äh, okay. Jetzt sehe ich es aus Herfalls. Daran. Okay. Ja, wir hätten auch noch einen stärkeren Angriff. Aber wir haben zu wenig Leben dafür. Komm schon! Und einmal beruhigen. Müssen wir tatsächlich gleich nochmal zurück, weil wir nicht mehr genug Leben haben. Oh. Oh. Oh Mist. Ähm. Oh Scheiße. Okay. Und beruhigen. Solange wir jetzt keinen Robotypen in die Fänge laufen. So. So. Oder lass alles klar gehen. So. Ich möchte zumindest einmal kurz speichern und wissen was auf der anderen Map ist. Hallo. Und einmal da drauf. Ja. Wir sind doch richtig. Wie? 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 Es ist hoch. Auch mit Flügel-Floh-Threads. Wir werden niemals auf der Oberfläche kommen. Ja. Es gibt nur eine Sache, die wir tun können. Climb up? Finish fixieren die Nests. Ich bin nicht sicher, was passiert ist, aber wir sind wirklich nicht auf der gleichen Seite heute. Wir können immer nachher gehen. Mal sehen, ob wir etwas finden können. Meine Gedanken genau. Ah! See? Same page. Dann hoffe ich mal, dass wir hier etwas dafür finden. Allerdings werden wir das wohl erst im nächsten Part machen. Denn ich muss mich jetzt so langsam ans Essen machen. Und ja, von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, tschau!